Da sind wir auch schon wieder. Wie auch immer die Mission hier heißt, auf jeden Fall. Die ist die letzte aus dem Alpha-Teil. Müssen die Brücke sein, eigentlich. Wieso treff ich den denn nicht? Ah, 4er Kollabor. Kann man nicht das Auto durchschießen? Was soll das denn? Ein beschissenes Aiming heute, das ist nicht schön. Ich sollte aufhören. Im Quick Scout, das geht mit der Waffe einfach nicht. Schön, wie du da liegst. Ja, finde ich auch. Die Brücke ist sehr instabil, man kann hier einfach durchgucken. Wo ist er denn? Wo? Oh, danke. Ich hab den voll nicht geblickt, dass der hinter uns war. So ein Arschloch, schlägst du einfach von hinten ran. Jetzt kriegt mein M21 am Skate, verdammt. Ja, Hilfe, Auto. Ey, das ist aber gerade auch hier. Ein Slow-Mo laufen. Ja, das ist schlimm. Wolltest du den Heli runter? Jo. So. Sehr gut. So. Er ist mir direkt eine Runde mit Zappbar drauf. Ja, es war klar, dass er vorbeigeht. Ja, es war klar, dass er vorbeigeht. Oh, Mann. Ja, da ist der Schwer zu gut gekommen. Bin ich komplett down? Okay, wird nicht. Noch nachladen? Ich hole den gleich mit dem Zappbar drauf, aber wenn ich nicht mal nicht ganz gut Gas gebe. Und jetzt ist er down. Uh, die stehen ja alle vor uns. Da hab ich noch freigemerkt. Ja, das ist ja K auch noch leer, oder was? Das ist ja K auch noch leer, oder was? Ach, komm schon. Vergessen, dass hier so ein Trümmerfeld ist, dass du da nicht hin kannst. Ah, komm rübergekrabbelt. Obwohl. Uh, das war knapp. Das wird schon wieder. Alles kein Ding hier. Muss man mal ein Zampa nachladen, dann geht das. Ist ja nur Fleischbunde. Genau. Die da vorne, die wollen auch nur spielen. Ach, komm schon. Jetzt bin ich ganz kaputt. Okay, sie kann nicht sterben da hinten. So, ich suche. Komm mal hier in das Polizeiauto schnell gelaufen. Bevor ich verrecke. Noch ein Stück, noch ein Stück. Okay. Genau, nur noch Fleischbunde. Sampa nachladen und dann. Geht dann schon. Ab ihn. Das hätten wir, glaube ich. Hätten wir, hätten wir. Wenn nicht jetzt einfach einer aus dem Nichts kommt. Komm, krabbel im Ziel, komm. Geht. Ja, haben wir doch. Na jutt. Ja, dann gehen wir zur nächsten Mission. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne. Roadrun.